Wuhuuu! Hast du den Schien gelegt? Ja volle Karacho! Kann fliegen! Okay, mein Bike kann eindeutig fliegen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das auch gehabt habe. Hallo ihr Lieben und zwar ich bin heute hier im Bikepark bei Felden, habe mir eine coole Truppe mitgenommen. Und zwar, jetzt wird es schwierig mit den Namen, ich versuch's! Alex, Tom, Frank, Dean, Olaf, Tim, Louis und der Patrick. Wir sind heute hier und wir fahren jetzt mal so ein paar Runden, fahren alle möglichen Lines und haben ganz, ganz viel Spaß und ich würde mal sagen, wir machen uns los. Wow! 탭 War ganz Woh guck Woh Das ist Woh 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 Was ist das? Wow, Alter Alex Oh, es ist schon wieder dieser scheiß Wallride. Ich krieg's nicht hin. So Leute, guckt mal. Ich habe ein dezentes Problem mit der Bremse. Und zwar ist meine Bremse jetzt kaputt. Er ist irgendein Ding gerissen. Das bedeutet, ich habe jetzt keine Vorderradbremse mehr. Der Louis war so lieb und hat mir jetzt noch eine Abfahrt mit seinem Bike gegönnt. Oh, jetzt bin ich schon mal gespannt hier. Also ich fahre jetzt das Downhiller vom Louis und der will mal meine Stumpy Probe fahren. Und ich muss sagen, es ist schon cool. Es ist ein Specialized Downhiller in Demo. Und es macht auf jeden Fall so viel Spaß. Der liegt voll fluffig. Ich habe aber schon versucht, den Berg hochzufahren. Aber das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ich habe das ab. Ich habe das ab. Alter, ich habe das ab. Alter, ist das geil. Alter, fühlt sich das geil an. Also es fühlt sich voll super an. Ich muss sagen, es ist ein richtig cooles Bike. Das gefällt mir saugut. Und was ich merke vor allem oben an den Tables jetzt. Ich bin viel mehr abgehoben von alleine irgendwie. Das hebt viel mehr von alleine irgendwie ab. Warum auch immer. Ja. Aber mein Schatz, ich bleib dir trotzdem treu. Mach dir keine Gedanken. So, ich habe mir jetzt noch einmal den Sprung vorgenommen. Den kleinen. Den großen traue ich mich noch nicht. Deshalb fahren wir den einmal. Ja. 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 Ah, scheiße, ich kriege es nicht hin. Atacke, Atacke, Atacke. Atacke, Atacke, Atacke. Atacke, Atacke. Atacke, Atacke. I'm trying to keep them alone And however slowly time Destroys are coming round So, so, so needs it going hard But I've been gone, I've been gone, I've been gone for So you've gone, I've been on the road We could be that soon And I've been there to something You have to tell me when the North Shore comes Oh, here Oh, 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 oh Attacke, let's go Oh, shit Holz is not so meins But I'll try it again And then directly with a foreign bike Wuhuuu Yes Yes So, das war unser Tag hier im Bikepark bei Felgen Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Und wir hatten ganz, ganz viel Spaß Sehr viel Spaß hatten wir Wir haben ziemlich viel gemeistert Ich habe am Anfang gesagt, beziehungsweise mittendrin habe ich gesagt Sau gut, dass heute keiner gestürzt ist Ein Tag, bumm, eine Minute später bin ich hingefallen Ciao 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 Bei und schau fashion